So, es ist ein bisschen windig, sorry, da steht die S-Klasse, da ist Holger drin, der fährt jetzt nochmal kurz einkaufen für mich. Da ist Memo, auch mit grauen Haaren, auch schon mit 32 grauen Haaren, da kann man nichts machen. Ich mit 25, ganz ganz bittere Pille und wir machen jetzt einen kleinen Spaziergang. Kailo ist bei Oma kurz und dann kommt noch Friseur, dann sagt schnell Bundesliga. So, die Jungs vom Mifcom kommen noch vorbei. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Das sehe ich ja jetzt erst, das haben sie noch rangesprüht. Die Stadt Buxturude ist ein Bauarten- und Klimakiller. Ah ja, soll ich dir sagen, was du bist, der das gesprüht hat? Ein Hurensohn. 40, 50, 60 mal, 60 mal. So, wir machen noch einen kleinen Walk. Hier ist Chili, Memo, oder nicht? Nee, ich habe keinen Filter gemacht. Nein, habe ich nicht. Voilà. Nein, Digga, ich zeige dir gleich. Ich habe keinen Filter gemacht. Wirklich, schön. Auf, Kailo's Leben. So, Fabio am Start. Memo am Start. Oh, krasslich. Ungelogen. Der Hund hat gerade einer seiner krassesten Schiss rausgehauen, die ich jemals gerochen habe. Mitten hier im Laden hat er einen Faden gelassen. Er hat zugestunken. Kailo, bleib hier. Vorzieh nicht. Oh, komm hierher. Du Spinner, komm wieder hierher. Der hat so einen fahren gelassen, nicht mehr normal. Ja, 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 genau du. Wirklich, schön. Untertitelung des ZDF, 2020